Ins Krankenhaus sollten Sie bitte dann gehen, wenn es sich dramatisch verschlechtert, Luftnot auftreten sollte. Wer nicht wie Luke alleine lebt, sollte auch zu Hause Mundschutz tragen und wegen der Gefahr einer Herzmuskelentzündung jede Anstrengung auf Fitnesstraining meint. Also schonen Sie sich, schmeißen Sie sich auf die Couch, gucken Sie RTL an und dann wird alles besser. Mindestens fünf Tage...